Hänschen klein, gehen allein in die weite Welt hinein. Stock und Hut! Ah, Scheiße! Wer nervt denn jetzt? Was wollt ihr hier? Wir wollen mal mit Zadas wehnen wegen dem Portal. Nein! Wie nein? Nein! Bist du zu blöd, das zu kapieren? Was wollen die? Die wollen mit dir reden, Meister! Sagt ihnen, sie können mir mal die Puppe schmatzen! Der Meister sagt, ihr könnt ihm mal die Puppe schmatzen! Ich bin nicht taub! Ha! Diese Vollfürste! Sollten wir uns Sorgen machen, Meister? Ach was! Die kommen hier in Ehe rein! Die Tür ist aus Eichenholz! Da hörst du es! Was für Vollspacken! Meister, du bist mit Niall! Das will ich meinen! Eine Tür hier einzubauen! Damit hätte keiner gerechnet! Ha! Niemand wird das Portal mehr schließen! Meine Rache ist komplett! Geil! Geil! Geil!